Ich freue mich, dass Sie immer noch da sind oder schon wieder und ich freue mich auf das Buch. Auf Hans Kastrup Analyse Ein freier Eckplatz winkte glücklicherweise in der Nähe der Tür. Er stahl sich seitlich darauf und nahm eine Miene an, als hätte er hier schon immer gesessen. Das Publikum mit ernster Aufmerksamkeit an Dr. Krokowskis Lippen hängend, beachtete ihn kaum. Und das war gut, denn er sah schrecklich aus. Sein Gesicht war bleich wie Leinen und sein Anzug mit Blut befleckt, sodass er einem von frischer Tat kommenden Mörder glich. Die Dame vor ihm freilich warnte den Kopf, als er sich setzte, und musterte ihn mit schmalen Augen. Es war Madame Chauchat. Er erkannte sie mit einer Art von Erbitterung. Aber das war doch des Teufels. Sollte er denn nicht zur Ruhe kommen? Er hatte gedacht, hier still am Ziele sitzen und sich ein wenig erholen zu können, und da musste er sie nun gerade vor der Nase haben. Ein Zufall, über den er sich unter anderen Umständen ja möglicherweise gefreut hätte, aber müde und abgehetzt, wie er war? Was sollte es ihm da? Es stellte nur neue Anforderungen an sein Herz und würde ihn während des ganzen Vortrages in Atem halten. Genau mit Pschibislavs Augen hatte sie ihn angesehen, in sein Gesicht und auf die Blutflecke seines Anzugs geblickt. Ziemlich rücksichtslos und zudringlich übrigens, wie es zu den Manieren einer Frau paßte, die mit den Türen warf. Wie schlecht sie sich hielt! Nicht wie die Frauen in Hans Castorps heimischer Sphäre, die aufrechten Rückens den Kopf ihrem Tischherrn zuwandten, in der sie mit den Spitzen der Lippen sprachen. Frau Chauchat saß zusammengesunken und schlaff, ihr Rücken war rund, sie ließ die Schultern nach vorn hängen und außerdem hielt sie auch noch den Kopf vorgeschoben, sodass der Wirbelknochen und Nackenausschnitt ihrer weißen Bluse hervortrat. Auch Pschibislav hatte den Kopf so ähnlich gehalten. Er jedoch war ein Musterschüler gewesen, der in Ehren gelebt hatte. Obgleich nicht dies der Grund gewesen war, weshalb Hans Castorps sich den Bleistift von ihm geliehen hatte. Während es klar und deutlich war, dass Frau Chauchats nachlässige Haltung, ihr Türen werfen, die Rücksichtslosigkeit ihres Blickes mit ihrem Kranksein zusammenhingen. Ja, es drückten sich darin die Ungebundenheit, jene nicht ehrenvollen, aber geradezu grenzenlosen Vorteile aus, deren der junge Herr Albin sich gerühmt hatte. Hans Castorps Gedanken verwirrten sich, während er auf Frau Chauchats schlaffen Rücken blickte. Sie hörten auf, Gedanken zu sein und wurden zur Träumerei, in welche Dr. Krokowskis schleppender Bariton sein weich anschlagendes Rrrr wie aus weiter Ferne hereintönte. Aber die Stille im Saal, die tiefe Aufmerksamkeit, die ringsumher alles in Bann hielt, wirkte auf ihn. Sie weckte ihn förmlich aus seinem Dämmern. Er blickte um sich. Neben ihm saß der dünnhaarige Pianist, den Kopf im Nacken und lauschte mit offenem Munde und gekreuzten Armen. Die Lehrerin, Fräulein Engelhardt, weiter drüben, hatte gierige Augen und rotflaumige Flecke auf beiden Wangen. Eine Hitze, die sich auf den Gesichtern anderer Damen wiederfand, die Hans Castorp ins Auge fasste. Auch auf dem der Frau Salomon dort neben Herrn Albin und der Bierbrauersgattin Frau Magnus derselben die Eiweiß verlor. Auf Frau Störs Gesicht etwas weiter zurück malte sich eine so ungebildete Schwärmerei, dass es ein Jammer war. Während die elfenbeinfarbene Levi mit halbgeschlossenen Augen und die flachen Hände im Schoß an der Stuhllehne ruhend, vollständig einer Toten geglichen hätte, wenn nicht ihre Brust sich so stark und taktmäßig gehoben und gesenkt hätte, wodurch sie Hans Castorp vielmehr an eine weibliche Wachsfigur erinnerte, die er einst im Panoptikum gesehen und die ein mechanisches Triebwerk im Busen gehabt hatte. Mehrere Gäste hielten die hohle Hand an die Ohrmuschel oder deuteten dies wenigstens an, indem sie die Hand bis halbwegs zum Ohre erhoben hielten, als seien sie mitten in der Bewegung vor Aufmerksamkeit erstarrt. Staatsanwalt Paravon, ein brauner, scheinbar urkräftiger Mann, schüttelte sogar sein eines Ohr mit dem Zeigefinger, um es hellhöriger zu machen, und hielt es dann wieder Dr. Krokowskis Redefluss hin. Was redete denn Dr. Krokowski? In welchem Gedankengange bewegte er sich? Hans Castorp nahm seinen Verstand zusammen, um aufs Laufende zu kommen, was ihm nicht gleich gelang, da er den Anfang nicht gehört und beim Nachdenken über Frau Schochats schlaffen Rücken weiteres versäumt hatte. Es handelte sich um eine Macht. Jene Macht, kurzum es war die Macht der Liebe, um die es sich handelte, selbstverständlich. Das Thema lag ja im Generaltitel des Vortragszyklus. Und wovon sollte Dr. Krokowski denn auch sonst wohl sprechen, da dies nun einmal sein Gebiet war? Etwas wunderlich war es ja, auf einmal ein Kollege über die Liebe zu hören, während sonst immer nur von Dingen wie dem Übersetzungsgetriebe im Schiffbau die Rede gewesen war. Wie fing man es an, einen Gegenstand von so spröder und verschwiegener Beschaffenheit am hellen Vormittag vor Damen und Herren zu erörtern? Dr. Krokowski erörterte ihn in einer gemischten Ausdrucksweise, in zugleich poetischem und gelehrtem Stile, rücksichtslos wissenschaftlich, dabei aber gesanghaft schwingenden Tones, was den jungen Hans Castorp etwas unordentlich anmutete, obgleich gerade dies der Grund sein mochte, weshalb die Damen so hitzige Wangen hatten und die Herren ihre Ohren schüttelten. In Sonderheit gebrauchte der Redner das Wort Liebe beständig in einem leise schwankenden Sinn, so daß man niemals recht wußte, woran man damit war und ob es Frommes oder Leidenschaftlich Fleischliches bedeute, was ein leichtes Gefühl von Seekrankheit erzeugte. Nie in seinem Leben hatte Hans Castorp dieses Wort so oft hintereinander aussprechen hören wie hier und heute. Ja, wenn er nachdachte, so schien ihm, daß er selbst es noch niemals ausgesprochen oder aus fremdem Mund vernommen habe. Das mochte ein Irrtum sein. Jedenfalls fand er nicht, daß so häufige Wiederholung dem Worte zustatten käme. Im Gegenteil, diese schlüpfrigen anderthalb Silben mit dem Zungen, dem Lippenlaut und dem dünnen Vokal in der Mitte wurden ihm auf die Dauer recht widerwärtig. Eine Vorstellung verband sich für ihn damit wie von gewässerter Milch, etwas Weißbläulichem, Labberigem, zumal im Vergleich mit all dem Kräftigen, was Dr. Krokowski genau genommen darüber zum Besten gab. Denn so viel war deutlich, daß man starke Stücke sagen konnte, ohne die Leute aus dem Saale zu treiben, wenn man es anfing wie er. Keineswegs begnügte er sich dann mit allgemein bekannte, doch gemeinhin in Schweigen gehüllte Dinge mit einer Art von berauschendem Takt zur Sprache zu bringen. Er zerstörte Illusionen, er gab unerbittlich der Erkenntnis die Ehre. Er ließ keinen Raum für empfindsamen Glauben an die Würde des Silberhaares und die Engelsreinheit des zarten Kindes. Übrigens trug er auch zum Girok seinen weichen Fallkragen und seine Sandalen über den grauen Socken, was einen grundsätzlichen und idealistischen Eindruck machte, wenn auch Hans Castorp etwas darüber erschrak. In dem er anhand von Büchern und losen Blättern, die vor ihm auf dem Tische lagen, seine Aufstellungen durch allerlei Beispiele und Anekdoten stützte und mehrmals sogar Verse rezitierte, handelte Dr. Krokowski von erschreckenden Formen der Liebe, wunderlichen, leidvollen und unheimlichen Abwandlungen ihrer Erscheinung und Allgewalt. Unter allen Naturtrieben, sagte er, sei sie der Schwankendste und Gefährdetste von Grund aus zur Verirrung und heillosen Verkehrtheit geneigt. Und das dürfe nicht Wunder nehmen, denn dieser mächtige Impuls sei nichts Einfaches. Er sei seiner Natur nach vielfach zusammengesetzt, und zwar so rechtmäßig, wie er als Ganzes auch immer sei, zusammengesetzt sei er aus lauter Verkehrtheiten. Da man nun aber, und zwar mit Recht, so fuhr Dr. Krokowski fort, da man es nun aber richtigerweise ablehne, aus der Verkehrtheit der Bestandteile auf die Verkehrtheit des Ganzen zu schließen, so sei man unweigerlich genötigt, einen Teil der Rechtmäßigkeit des Ganzen, wenn nicht seine ganze Rechtmäßigkeit, auch für die einzelne Verkehrtheit in Anspruch zu nehmen. Das sei eine Forderung der Logik, und daran bitte er seine Zuhörer festzuhalten. Seelische Widerstände und Korrektive seien es, anständige und ordnende Instinkte von, fast hätte er sagen mögen, bürgerlicher Art, unter deren ausgleichender und einschränkender Wirkung die verkehrten Bestandteile zum regelrechten und nützlichen Ganzen verschmölzen. Ein immerhin häufiger und begrüßenswerter Prozess, dessen Ergebnis jedoch, wie Dr. Krokowski etwas wegwerfend hinzufügte, den Arzt und Denker weiter nichts angehe. In einem anderen Falle dagegen gelinge er nicht. Dieser Prozess wolle und solle er nicht gelingen. Und wer, so fragte Dr. Krokowski, vermöge zu sagen, ob dies nicht vielleicht den edleren, seelisch kostbareren Fall bedeute. In diesem Falle nämlich eigene beiden Kräfte grucken, dem Liebestrangel sowohl wie jenen gegnerischen Impulsen, unter denen Scham und Ekel besonders zu nennen seien, eine außerordentliche, das bürgerlich übliche Maß überschreitende Anspannung und Leidenschaft und in den Untergründen der Seele geführt, verhindere der Kampf zwischen ihnen jene Einfriedung, Sicherung und Sittigung der irrenden Triebe, die zur üblichen Harmonie, zum vorschriftsmäßigen Liebesleben führe. Dieser Widerstreit zwischen den Mächten der Keuschheit und der Liebe, denn um einen solchen handele es sich. Wie gehe er aus? Er endige scheinbar mit dem Siege der Keuschheit. Furcht, Wohl, Anstand, züchtiger Abscheu, zitterndes Reinheitsbedürfnis, sie unterdrückten die Liebe, hielten sie in Dunkelheiten gefesselt, ließen ihre wirren Forderungen höchstens teilweise, aber bei weitem nicht nach ihrer ganzen Vielfalt und Kraft ins Bewusstsein und zur Betätigung zu. Allein dieser Sieg der Keuschheit sei nur ein Schein- und Pirussieg, denn der Liebesbefehl lasse sich nicht, Knebel, nicht vergewaltigen. Die unterdrückte Liebe sei nicht tot, sie lebe, sie trachte im Dunklen und Tiefgeheimen, auch ferner sich zu erfüllen. Sie durchbreche den Keuschheitsbann und erscheine wieder, wenn auch in verwandelter, unkenntlicher Gestalt. Und welches sei denn nun die Gestalt und Maske, worin die nicht zugelassene und unterdrückte Liebe wieder erscheine? So fragte Dr. Krokowski und blickte die Reihen entlang, als erwarte er die Antwort ernstlich von seinen Zuhörern. Ja, das musste er nun auch noch selber sagen, nachdem er schon so manches gesagt hatte. Niemand außer ihm wusste es, aber er würde bestimmt auch dies noch wissen, das sah man ihm an. Mit seinen glühenden Augen, seiner Wachsblässe, in seinem schwarzen Bart, dazu den Mönchsandalen über grauwollenen Socken, schien er selbst in seiner Person den Kampf zwischen Keuschheit und Leidenschaft zu versinnbildlichen, von dem er gesprochen hatte. Wenigstens war dies Hans Castorps Eindruck, während er, wie alle Welt, mit größter Spannung die Antwort darauf erwartete, in welcher Gestalt die unzugelassene Liebe wiederkehre. Die Frauen atmeten kaum. Staatsanwalt Paravan schüttelte rasch noch einmal sein Ohr, damit es im entscheidenden Augenblick offen und aufnahmefähig wäre. Da sagte Dr. Krukowski, in Gestalt der Krankheit, das Krankheitssymptom sei verkappte Liebesbetätigung und alle Krankheit verwandelte Liebe. Nun wusste man es, wenn auch wohl nicht alle es ganz zu würdigen vermochten. Ein Seufzer ging durch den Saal und Staatsanwalt Paravan nickte bedeutsamen Beifall, während Dr. Krukowski fortfuhr, seine These zu entwickeln. Hans Castorps seinerseits senkte den Kopf, um zu bedenken, was er gehört hatte und sich zu erforschen, ob er es verstünde. Aber ungeübt, wie er war in solchen Gedankengängen und außerdem wenig geisteskräftig infolge seines unbekömmlichen Spazierganges, war er leicht abzulenken und wurde denn auch sogleich abgelenkt durch den Rücken vor ihm und den zugehörigen Arm, der sich hob und rückwärts bog, um mit der Hand dicht vor Hans Castorps Augen von unten das geflochtene Haar zu stützen. Es war beklemmend, die Hand so nah vor Augen zu haben. Man mußte sie betrachten, ob man wollte oder nicht. Sie studieren in allen Markern und Menschlichkeiten, die ihr anhafteten, als habe man sie unter dem Vergrößerungsglas. Nein, sie hatte durchaus nichts Aristokratisches, diese zugedrungene Schulmädchenhand mit den schlecht und recht beschnittenen Nägeln. Man war nicht einmal sicher, ob sie an den äußeren Fingergelenken ganz sauber war und die Haut neben den Nägeln war zerbissen, das konnte gar keinem Zweifel unterliegen. Hans Castorps Mund verzog sich, aber seine Augen blieben haften an Madame Chauchats Hand und eine halbe und unbestimmte Erinnerung ging ihm durch den Sinn an das, was Dr. Krokowski über die bürgerlichen Widerstände, die sich der Liebe entgegenstellten, gesagt hatte. Der Arm war schöner, dieser weich hinter dem Kopf gebogene Arm, der kaum bekleidet war, denn der Stoff der Ärmel war dünner als der der Bluse, die leichteste Gase, so daß der Arm nur eine gewisse duftige Verklärung dadurch erfuhr und ganz ohne Umhüllung wahrscheinlich weniger anmutig gewesen wäre. Er war zugleich zart und voll und kühl, aller Mutmaßung nach. Es konnte hinsichtlich seiner von keinerlei bürgerlichen Widerständen die Rede sein. Hans Castorp träumte, den Blick auf Frau Chauchats Arm gerichtet, wie die Frauen sich kleideten, sie zeigten dies und jenes von ihrem Nacken und ihrer Brust, sie verklärten ihre Arme mit durchsichtiger Gase, das taten sie in der ganzen Welt, um unser sehnsüchtiges Verlangen zu erregen. Mein Gott, das Leben war schön. Es war schön gerade durch solche Selbstverständlichkeit, wie das die Frauen sich verlockend kleideten, denn selbstverständlich war es ja und so allgemein üblich und anerkannt, dass man kaum daran dachte und es sich unbewusst und ohne Aufhebens gefallen ließ. Man sollte aber daran denken, meinte Hans Castorp innerlich, um sich des Lebens recht zu freuen und sich vergegenwärtigen, dass es eine beglückende und im Grunde fast märchenhafte Einrichtung war. Versteht sich, es war um eines gewissen Zweckes willen, dass die Frauen sich märchenhaft und beglückend kleiden durften, ohne dadurch gegen die Schicklichkeit zu verstoßen. Es handelte sich um die nächste Generation, um die Fortpflanzung des Menschengeschlechts, jawohl. Aber wie, wenn die Frau nun innerlich krank war, sodass sie gar nicht zur Mutterschaft taugte, was dann? Hatte es dann einen Sinn, dass sie Gasearmel trug, um die Männer neugierig auf ihren Körper zu machen? Ihren innerlich kranken Körper? Das hatte offenbar keinen Sinn und hätte eigentlich für unschicklich gelten und untersagt werden müssen. Denn dass ein Mann sich für eine kranke Frau interessierte, dabei war doch entschieden nicht mehr Vernunft als, nun, als seinerzeit bei Hans Castorps stillem Interesse für Pschibislav Hippe gewesen war. Ein dummer Vergleich, eine etwas peinliche Erinnerung. Aber sie hatte sich ungerufen und ohne sein Zutun eingestellt. Übrigens brach seine träumerische Betrachtung an diesen Punkte ab. Hauptsächlich, weil seine Aufmerksamkeit wieder auf Dr. Krokowski hingelenkt wurde, dessen Stimme sich auffallend erhoben hatte. Wahrhaftig, er stand da, mit ausgebreiteten Armen und schräg geneigtem Kopf hinter seinem Tischchen und sah trotz seines Gehrockes beinahe aus wie der Herr Jesus am Kreuz. Es stellte sich heraus, dass Dr. Krokowski am Schluss seines Vortrages große Propaganda für die Seelenzergliederung machte und mit offenen Armen alle aufforderte, zu ihm zu kommen. Kommet her zu mir, sagte er mit anderen Worten, die ihr mühselig und beladen seid. Und er ließ keinen Zweifel an seiner Überzeugung, dass alle, ohne Ausnahme, mühselig und beladen waren. Er sprach von verborgenem Leide, von Scham, von Gram, von der erlösenden Wirkung der Analyse. Er pries die Durchleuchtung des Unbewussten, lehrte die Wiederverwandlung der Krankheit in den bewusst gemachten Affekt, mahnte zum Vertrauen, verhieß Genesung. Dann ließ er die Arme sinken, stellte seinen Kopf wieder gerade, raffte die Druckschriften zusammen, die ihm bei seinem Vortrage gedient hatten und indem er das Päckchen ganz wie ein Lehrer mit der linken Hand gegen die Schulter lehnte, entfernte er sich erhobenen Hauptes durch den Wandelgang. Alle standen auf, rückten die Stühle und begannen sich langsam gegen denselben Ausgang zu bewegen, durch den der Doktor den Saal verlassen hatte. Es sah aus, als drängten sie ihm konzentrisch nach von allen Seiten, zögernd, doch willenlos und in benommener Einhelligkeit wie das Gewimmel hinter dem Rattenfänger. Hans Castorp blieb stehen im Strom, seine Stuhllehne in der Hand. Ich bin nur zu Besuch hier, dachte er. Ich bin gesund und komme Gottlob überhaupt nicht in Betracht und den nächsten Vortrag erlebe ich gar nicht mehr hier. Er sah Frau Schoscha hinausgehen, schleichend, mit vorgeschobenem Kopfe, ob auch sie sich zergliedern lässt, dachte er und sein Herz begann zu pochen. Dabei bemerkte er nicht, dass Joachim zwischen den Stühlen auf ihn zukam und zuckte nervös zusammen, als der Vetter das Wort an ihn richtete. Du kamst im letzten Augenblick, sagte Joachim. Bist du weit gewesen? Wie war es denn? Oh, nett, erwiderte Hans Castorp. Doch, ich war ziemlich weit, aber ich muss gestehen, es hat mir weniger gut getan, als ich erwartete. Es war wohl verfrüht und überhaupt verfehlt. Ich werde es vorläufig nicht wieder tun. Ob ihm der Vortrag gefallen, fragte Joachim nicht. Und Hans Castorp äußerte sich nicht dazu. Wie nach schweigender Übereinkunft erwähnten sie des Vortrages auch nachher mit keinem Worte. Zweifel und Erwägungen Am Dienstag war unser Held nun also seit einer Woche bei denen hier oben. Und so fand er denn, als er vom Morgenspaziergang zurückkehrte, in seinem Zimmer die Rechnung vor. Seine erste Wochenrechnung. Ein reinlich ausgeführtes kaufmännisches Dokument in einem grünlichen Umschlag stark verschlossen mit illustriertem Kopf. Das Berghofgebäude war bestechend abgebildet dort oben. Und links seitwärts geschmückt mit einem in schmaler Kolonne angeordneten Auszuge aus dem Prospekt, worin auch der psychischen Behandlung nach modernsten Prinzipien in Sperrdruck Erwähnung geschah. Die kalligrafischen Aufstellungen selbst betrugen ziemlich genau 180 Franken und zwar entfielen auf die Verpflegung nebst ärztlicher Behandlung 12 und auf das Zimmer 8 Franken für den Tag, ferner auf dem Posteneintrittsgeld 20 Franken und auf die Desinfektion des Zimmers 10 Franken. Während kleine Sporteln für Wäsche, Bier und den zum ersten Abendessen genossenen Wein die Summe abrundeten. Hans Kastorp fand nichts zu beanstanden, als er mit Joachim die Addition überprüfte. Ja, von der ärztlichen Behandlung mache ich keinen Gebrauch, sagte er. Aber das ist meine Sache. Sie ist einbegriffen in den Pensionspreis und ich kann nicht verlangen, dass sie in Abzug gebracht wird. Wie sollte das auch geschehen? Bei der Desinfektion machen Sie einen Schnitt, denn für 10 Franken H2CU können Sie unmöglich verpulvert haben, um die Amerikanerin auszuräuchern. Aber im Ganzen muss ich sagen, ich finde es eher billig als teuer, in Anbetracht dessen, was geboten wird. Und so gingen sie denn vor dem zweiten Frühstück auf die Verwaltung, um die Schuld zu bereinigen. Die Verwaltung befand sich zu ebener Erde. Wenn man jenseits der Halle an der Garderobe und den Küchen- und Anrichteräumen vorüber den Flurgang verfolgte, konnte man die Tür nicht verfehlen, zumal sie durch ein Porzellanschild ausgezeichnet war. Hans Castorp gewann dort mit Interesse einen gewissen Einblick in das kaufmännische Zentrum des Anstaltsbetriebes. Es war ein richtiges, kleines Kontor. Ein Schreibmaschinenfräulein war tätig und drei männliche Angestellte saßen über Pulte gebückt, während im anstoßenden Raum ein Herr von dem höheren Ansehen eines Chefs oder Direktors an einem freistehenden Zylinderbüro arbeitete und nur über seinen Augenglaschen weg einen kalten und sachlich musternden Blick auf die Klienten warf. Während man sie am Schalter abfertigte, einen Schein wechselte, kassierte, quittierte, bewahrten sie eine ernstbescheidene, schweigsame, ja botmäßige Haltung wie junge Deutsche, die die Achtung vor der Behörde der Amtsstube auf jedes Schreib- und Dienstlokal übertragen. Aber draußen, auf dem Wege zum Frühstück und später im Laufe des Tages, plauderten sie einiges über die Verfassung des Berghof-Instituts, wobei Joachim als der Eingesessene und Kundige die Fragen seines Vetters beantwortete. Hofrat Behrens war keineswegs Inhaber und Besitzer der Anstalt, obgleich man wohl diesen Eindruck gewinnen konnte. Über und hinter ihm standen unsichtbare Mächte, die sich eben nur in Gestalt des Büros bis zu einem gewissen Grade manifestierten. Ein Aufsichtsrat, eine Aktiengesellschaft, der anzugehören nicht übel sein mochte, da sie nach Joachims glaubwürdiger Versicherung trotz hoher Ärztegehälter und liberalster Wirtschaftsprinzipien alljährlich eine saftige Dividende unter ihren Mitgliedern verteilen konnte. Der Hofrat also war kein selbstständiger Mann. Er war nichts als ein Agent, ein Funktionär, ein Verwandter, höherer Gewalten, der Erste und Oberste freilich die Seele des Ganzen von bestimmendem Einfluss auf die gesamte Organisation, die Intendatur nicht ausgeschlossen, obgleich er als dirigierender Arzt über jede Beschäftigung mit dem kaufmännischen Teil des Betriebes natürlich erhaben war. Aus dem Nordwesten Deutschlands gebürtig war er, wie man wusste, Wiederabsicht und Lebensplan vor Jahren in diese Stellung gelangt, heraufgeführt durch seine Frau, deren Reste schon längst der Frito von Dorf umfing. Der malerische Frito von Dorf, Davos, dort oben am rechtseitigen Hange, weiter zurück gegen den Eingang des Tales. Sie war eine sehr liebliche, wenn auch überäugige und asthenische Erscheinung gewesen, den Fotografien nachzuurteilen, die überall in des Hofrats Dienstwohnungen standen, sowie auch den Ölbildnissen zufolge, die von seiner eigenen Liebhaber anstammend dort an den Wänden hingen. Nachdem sie ihm zwei Kinder geschenkt, einen Sohn und eine Tochter, war ihr leichter, von Hitze ergriffener Körper in diese Gegenden heraufgezogen worden und in wenigen Monaten hatte seine Aus- und Aufzehrung sich vollendet. Man sagte, Behrens, der sie vergöttert habe, sei durch den Schlag so schwer getroffen worden, dass er vorübergehend in Tiefsinn und Wunderlichkeit verfallen sei und sich auf der Straße durch Kichern, Gestenspiel und Selbstgespräch auffällig gemacht habe. Er war dann nicht mehr in seinen ursprünglichen Lebenskreis zurückgekehrt, sondern an Ort und Stelle geblieben, gewiss auch darum, weil er sich von dem Grabe nicht trennen mochte. Den Ausschlag aber hatte wohl der weniger sentimentale Grund gegeben, dass er selbst etwas abbekommen hatte und seiner eigenen wissenschaftlichen Einsicht nach einfach hierher gehörte. So hatte er sich eingebürgert als einer der Ärzte, die Leidensgenossen derjenigen sind, deren Aufenthalt sie überwachen, die nicht von der Krankheit unabhängig sie aus dem freien Stande persönlicher Intaktheit bekämpfen, sondern selber ihr Zeichen tragen. Ein eigentümlicher, aber durchaus nicht vereinzelter Fall, der ohne Zweifel seine Vorzüge wie sein Bedenkliches hat. Kameradschaft des Arztes mit dem Patienten ist gewiss zu begrüßen und es lässt sich hören, dass nur der Leidende des leidenden Führer und Heilern zu sein vermag. Aber ist rechte geistige Herrschaft über eine Macht denn möglich, bei dem der selber zu ihren Sklaven zählt? Kann befreien, wer selbst unterworfen ist? Der kranke Arzt bleibt ein Paradoxon für das einfache Gefühl. Eine problematische Erscheinung. Wird nicht vielleicht sein geistiges Wissen um die Krankheit durch das Erfahrungsmäßige nicht so sehr bereichert und sittlich gestärkt als getrübt und verwirrt? Er blickt der Krankheit nicht in klarer Gegnerschaft ins Auge. Er ist befangen, ist nicht eindeutig als Partei. Und mit aller gebotenen Vorsicht muss man fragen, ob einen der Krankheitswelt Zugehöriger an der Heilung oder auch nur Bewahrung anderer eigentlich in dem Sinne interessiert sein kann wie ein Mann der Gesundheit. Von diesen Zweifeln und Erwägungen sprach Hans Castorp auf seine Weise einiges aus, als er mit Joachim vom Berghof und seinem ärztlichen Leiter schwatzte. Aber Joachim bemerkte dagegen, man wisse ja gar nicht, ob Hofrat Behrens heute noch selber Patient sei. Wahrscheinlich sei er schon längst genesen. Dass er hier zu praktizieren begonnen hatte, war lange her. Er hatte es eine Weile auf eigene Hand getrieben und sich als feinhöriger Auskultator wie auch als sicherer Pneumotom rasch einen Namen gemacht. Dann hatte der Berghof sich seiner Person versichert, das Institut, mit dem er nun bald seit einem Jahrzehnt so eng verwachsen war. Dort hinten am Ende des nordwestlichen Flügels lag seine Wohnung. Dr. Krokowski hauste nicht weit davon. Und jene altadelige Dame, die Schwester Oberen, von der Sette Brini so höhnisch gesprochen und die Hans Castorp bisher nur flüchtig gesehen hatte, stand dem kleinen Witwer Haushalte vor. Im Übrigen war der Hofrat allein, denn sein Sohn studierte an reichsdeutschen Universitäten und seine Tochter war schon vermählt, nämlich an einen Advokaten im französischen Teil der Schweiz. Der junge Behrens kam in den Ferien zuweilen zu Besuch, was sich während Joachims Aufenthalt schon einmal ereignet hatte, und er sagte, die Damen der Anstalt seien dann sehr bewegt, die Temperaturen stiegen, Eifersüchteleien führten zu Zank und Streit auf den Liegehallen und erhöhter Zudrang herrschte zu Dr. Krokowskis besonderer Sprechstunde. Dem Assistenten war für seine Privatordinationen ein eigenes Zimmer eingeräumt, das wie der große Untersuchungsraum, das Laboratorium, der Operationssaal und das Durchstrahlungsatelier in dem gut belichteten Kellergeschoss des Anstaltsgebäudes gelegen war. Wir sprechen von einem Kellergeschoss, weil die steinerne Treppe, die vom Erdgeschoss dorthin führte, in der Tat die Vorstellung erweckte, dass man sich in einen Keller begebe, was aber beinahe ganz auf Täuschung beruhte, denn erstens war das Erdgeschoss ziemlich hoch gelegen, das Berghof Gebäude aber zweitens im Ganzen auf abschüssigem Grunde am Berge errichtet und jene Kellerräumlichkeiten schauten nach vorn gegen den Garten und das Tal, Umstände durch die Wirkung und Sinn der Treppe gewissermaßen durchkreuzt und aufgehoben wurden. Denn man glaubte wohl, über ihre Stufen von ebener Erde hinabzusteigen, befand sich aber drunten immer noch und wiederum zu ebener Erde oder doch nur ein paar Schuhe darunter. Ein belustigender Eindruck für Hans Castorp, als er seinen Vetter, der sich vom Bademeister wiegen lassen sollte, nachmittags einmal in diese Sphäre hinunterbegleitete. Es herrschte klinische Helligkeit und Sauberkeit dort. Alles war weiß in Weiß gehalten und in weißem Lack schimmerten die Türen, auch die zu Dr. Krokowskis Empfangszimmer, an der die Visitenkarte des Gelehrten mit einem Reißnagel befestigt war und zu der noch eigens zwei Stufen von der Höhe des Flurganges hinabführten, sodass der dahinter liegende Raum einen gelassartigen Charakter erhielt. Sie lag rechts von der Treppe, diese Tür, am Ende des Ganges und Hans Kastorp hatte ein besonderes Auge auf sie, während er, auf Joachim wartend, den Korridor auf- und niederging. Er sah auch jemanden herauskommen, eine Dame, die kürzlich eingetroffen war und deren Namen er noch nicht kannte, eine kleine, zierliche, mit Stirnlöckchen und goldenen Ohrringen. Sie bückte sich tief, die Stufen ersteigend, und raffte ihren Rock, in der sie mit der anderen, kleinen, beringten Hand ihr Tüchlein an den Mund presste und darüberhin aus ihrer gebückten Haltung mit großen, blassen, verstörten Augen ins Leere blickte. So eilte sie mit engen Trittchen, bei denen ihr Unterrock rauschte, zur Treppe, blieb plötzlich stehen, als besenne sie sich auf etwas, setzte sich trippelt wieder in Lauf und verschwand im Stiegenhause, immer gebückt und ohne das Tüchlein von den Lippen zu nehmen. Hinter ihr, als die Tür sich geöffnet hatte, war es viel dunkler gewesen als auf dem weißen Korridor. Die klinische Helligkeit dieser unteren Räume reichte offenbar nicht bis dort hinein. Verhülltes Halblicht, tiefe Dämmerung herrschte, wie Hans Castorp bemerkte, in Dr. Krokowskis analytischem Kabinett. Gesundheit in die Welt. Tschüss.